Okay, ein Fluchtevent. Warum nicht? Ja, doch abhängig, ne? Ja, ich dachte, da geht's weiter. Schon wohl nicht so zu sein. Und ich verpasse ihn. Und ich verpasse ihn. Unterstützungs-Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden. Stop, Main, Rest. Wiederholen, Rest. Auf dem Road Coast Highway. Abstimmung genehmigt. Radius 10, Block. Aktuelle Infos folgen. So. Kein Problem. Und Nitro Upgrade. 5-1 fordert alle Einheiten auf, zum normalen Dienst zurückzukehren. Einen Sachschauen erwähnt. Eine Flucht wieder. Wanted. Nehmen wir das. Ähm. Ja. Nochmal Flucht. Gut 15 Minuten kann ich noch aufnehmen. Dann hätte ich 8 Teile zusammen. Das würde perfekt passen. Und wenn ich mich für 4%ig habe. Das letzte Mal, wo ich den Gun habe, habe ich 36. Achtung, Streis-Einheit. Einige Kollegen versuchen einen assistenten Fahrer zu stoppen. Hohes Unfallrisiko. Okay, alle verfügbaren Einheitseinsätze mit wichtiger Priorität abbrechen und bereithalten. Funkzentrale wässtet auf TLC-Kanal. An alle Einheiten und äh, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. In West, äh Moment. Äh, Südlicher, wiederhole Südlicher Richtung. Auf der Pine Creek Avenue. Der Einsatzplatz am Kotzein. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TLC-2 umscheißen. Oh, das war einfach. Für eventuelle Positionsänderungen bereithalten. Das war mega einfach. Einnahmenbonus, 30%. Hey, Mann. So ein armseliger Fahrer wie du braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Fahr deine Mühle nach Sunset Hills und lass was dran machen. Äh, noch nicht jetzt. Äh, hier werden ein paar Einheiten langsam unbeduldig. Können wir Schluss machen. Gehen wir mal hier hin. Als könnte ich mir einen Stufe 2 Wagen leisten, ne? Ja. Ja. Tatsächlich. Könnte ich. Stufe 2. Hätte sogar genug Geld um ihn zu kaufen. Aber, wie gesagt. Ich fahre jetzt so lange mit dem Gruppel Stufe 2 umher, bis es nicht mehr geht. Bis es wirklich absolut nicht mehr geht. Äh. 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 Hä? 37 Kammer, LOL Das Spiel hat sich total aufgehangen LOL Okay, 1, 2, das haben wir hier noch Cups ausschalten, Cups ausschalten Flucht Cups ausschalten Okay, nochmal Flucht hier Ich schreibe, mehrere Einheiten haben sich auf eurem Bildschirm Und tschüss Das ist ein bisschen hartnötiger als gedacht Aber auch für dich habe ich ein Rezept Aber auch für dich habe ich ein Rezept Na gut, wenn ihr noch mehr wollt Ich weiß gar nicht mehr Okay, von mir aus Von mir aus Von mir aus Achtung, er ist gerade abgehoben Wahrscheinlich hat er seinen Wagen beschädigt Bleib dran Die sind so blöd Die sind so verdammt blöd Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzleiter Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen Unterwegs nach Westen auf der South Bridge Einsatzleitung erbittet Absparung östlich der letzten bekannten Fahrsrichtung des Verdächtigen Der Einsatz ist weiterhin kurz weg Oh, muss das sein Warum? Warum schickt ihr einen blöden Helikopter? Das ist nicht fair Schaut alle SH-Einheiten Kurs 3 Verfolgung Momentan in Richtung Norden auf der Gorn Avenue Einsatz gekoordiniert auf Kanal 1 Verdächtiger sitzt in einem roten Audi Die sind so auf der Gorn Sie sehen Haben Sie Kontakt Sind direkt über ihm Neue Bodenunterstützung Zielfahrzeug hat alle anderen ausgeschaltet Ja, wo sind sie denn, ne? Verpiss dich endlich Scheiß Heli Was dran haben eure Verstärkung in Sicht Die sind mies, die sind, die sind, das ist richtig mies. Die hätte ich jetzt erwischen müssen, hab ich auch, gut. Die Einheiten der Code-3-Verfolgung. Torsoi wurde zuletzt gesichtet unterwegs nach Süden. Wiederhole, Süden, auf der Gorn Avenue. Erdgrünes Licht, Absperrung des Sektors ist genoemisch. Bestand, den Fahrer überprüft jetzt die Information. Fahrer, hier ist Waden 58, unser Mann ist hier. Wir hängen uns dran, C85. Das waren 3 Sekunden. Komm schon. Komm schon, das war jetzt mies. Also nochmal. Mach mir nochmal. Achtung, Streifung, wir haben eine Meldung überbindet. Ich bin jetzt vor Ort und übernehme hier. Nur einer? Okay. Ich muss sehen, so. Code-6 hat gerade wieder Ausrüstung verspürt. Wir haben sehr lange Ballette. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen im Sü im Moment. In Nördlicher Richtung auf der Gorn Avenue. Alle Straßen in seiner letztens bekannten Fahrtrichtung wird abgesperrt. Einseits ist weiterhin Code-6 und wird auf 4-3 koordiniert. Geht doch. Motor-upgrade. Motor-upgrade. Zentrale, wir haben hier alles versucht und nichts gefunden. Äh, habt ihr was Neues über den Typen? Also, was haben wir noch? Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, 5 Minuten, das reicht noch für ein Event. Momentchen. Wanted. Ähm, was nehmen wir hier? Sachschalen, 25.000, in 35, also 4.19 besser gesagt. Das heisst bei 1.11, bei 1.11 muss ich entkommen. Mal schauen, ne? Mal schauen, ne? Ähm, alle Streiteneinheiten, wir haben eine Code-3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden, was zur Verfügung heißt. Ich schicke euch jetzt in die Zeit. Kommt schon. Seid ihr echt so dämlich. So, zwei ausgeschaltet. Sehr schön. Habt ihr Kontakt zur Verdächtigung verloren? Oh, gut. Danke. Wir dauern zur Verfolgung. Los. Ach, wie die Hölle heiße. So, jetzt müssen wir nochmal zwei weiter. Jetzt ist einer. Ja, zwei weitere. Hallo. Hallo. So, mal schauen, wo ist jetzt der nächste Fresh-Breaker? Da vorne. Da vorne. Da vorne mit Verdächtigen. Ja, da vorne mit Verdächtigen. Mann. Nacht war's. Los. So, ich bin wieder hinweg. Im Herzen und Unterweg. Den trau mich von der Seite. So, jetzt sind wir noch seitdem genau. Gleich, umso besser. Hallo. Macht was. So, Moment. Ich warte noch. Das sollte jetzt alle. Sehr schön. Gut. Also, den kommen. Kann alle noch einsatzbereitende Einheiten. Holt ihn euch. Das reicht nicht. Los, der ist. Verfolgereinheiten. Es gibt ein Status-Update. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen. Unterwegs nach Ost. Ja, Richtung Osten. Auf der Sheridan Avenue. Verbitte Absperrung von der letzten Schwarzlicht des Verdächtigen aus. In Richtung der letzten bekannten Fahrslichtung. So, sehr gut. Bremsen-Update. Bremsen-Update. Alle Einheiten. Wir brechen den Einsatz ab. Das Ziel ist uns entwischt. Schalte TAC-Kanal ab und geh auf Kanal 3. So, vielleicht doch noch ein Event mal schauen. Was haben wir noch? Stufe 9, Kopfziel 4. 3.27. Ja, das schaffe ich vielleicht. Mal schauen. اغ1. Okay, einheitliche Gesetzgeschoss. Wir haben ein 6 Fahrzeug auf der Flucht. Achtung. Fahrer ist äußerst agretiv. Verdechte. Wir sehen uns in einem roten Auto. So, zwei Cops ausgeschaltet. Sehr schön. Wo sind die nächsten? Ah, da ist einer. Da sind zwei. Hallo. Danke. Man, seid ihr dämlich oder was? Hier bin ich. Los, macht was. 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 Für die Lagemeldung. Wiederhole, 51, erbitte. Komm, Stella. Die sind so blöd. So blöd zum Scheissen sind die. Die sind so blöd. Die sind so blöd. Ich schicke euch sofort Hilfe rüber. Haltet durch, die Kollegen sind gleich da. Ich bin so blöd. Komm. Ja, näher mich von der Seite. Schwer den Ram. So soll Ram beheiß damit. Interessant. Ja, jetzt kann ich es wohl vergessen, wenn nicht bald ein Crashbreaker kommt, da wäre dahin gewesen. So, jetzt kommt. Aller Einheiten der Code-Rei-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden. Einsatzzeitung bestätigt Absperrung des Sektors. Stand bei. Positionen erscheinen gleich auf dem Bildschirm. Verstanden. Einheit 99 blockiert die Südliche Zinfahrt. Dominiert. Sehr schön. Heatrow Upgrade. Alle Einheiten der Verfolgergruppe Einsatz abbrechen und zurückziehen. Zielobjekt wurde verloren. So, dann würde ich mal sagen, genug für heute. Ich verabschiede mich. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spass. Tschüss, ne?